Ja, jetzt nach dem Spiel Simon bei uns, Matchwinner des heutigen Matches. Zwei Spiele gewonnen, Endstandard, 3 zu 1 TTF gegen Ostrava. War es dir wichtig, Simon, einen guten Start in der Champions League zu legen? Ja, das ist immer wichtig. Wir haben nicht so gut gespielt in der Bundesliga. Erstens zwei Spiele, wir haben gegen zwei gute Mannschaften verloren. Aber das war nicht das beste Spiel von uns. Aber heute war es wichtig. Ostrava ist eine gute Mannschaft, vielleicht nicht die beste. Aber das ist gut für uns, für unsere Konfidenz. Wir waren heute gut, ich war gut. Wir freuen uns. Vielen Dank. CDF Lieber Ochsenhausen gegen Ostrava. Endstand 3 zu 1. Sie haben den einzigen Punkt für Ostrava geholt. Was sagen Sie zum Spiel gegen João? Okay, das erste Spiel war schwer. Es war auch nicht so einfach. Es fühlte sich nicht so gut, als ich es gesehen habe. Es war nicht so gut, wenn er in der Champions League zu spielen. Er hat nicht so viele Spiele in der Champions League zu spielen. Ich habe sehr viel gespielt. Okay, Sie können sehen, dass er nicht seine Besten gibt. Und für sicherlich die nächste Woche hat er mich zu spielen. Ich fühle mich auch nicht so gut heute. Es war ein langes Zeit lang, aber es ist gut. Was glauben Sie denn, ist für Ostrava noch möglich in der Champions League? Wie weit könnte es noch gehen? Unser Ziel ist, in der Top 3 zu spielen, in der TU Cup zu spielen. Wir versuchen auch mit diesem französischen Team. Für uns auch. Wir wissen, dass Ochsenhausen das beste Team in unserer Gruppe ist. Aber wir versuchen mit jedem Spiel zu spielen. Mit diesem französischen Team vielleicht entscheiden wir, dass er in der zweiten Teil ist. Auch in der Welt ist kein schlechtes Team in dieser Gruppe. Wir kämpfen. Wir sagen, dass wir in der Top 3 spielen können, dass es perfekt ist. Wir geben uns die Besten. Vielen Dank.